Hast du ne 5 Kevin? Ja, ich hab ne 5! Glückwunsch, das ist ja mal insane! Der Explosionsabbrust! Ja, das ist... Und kurz vorm Pass! Kurz vorm Pass! Und jetzt noch kritischer Treffer verzaubern! Und dann bin ich so ein glücklicher Kevin, ich sag's euch! Ja, moin und herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft Dungeons! Und es ist... Dam 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 dam! Tower Challenge Time! Es ist mal wieder so weit, liebe Freunde! Der Tower wird bald zurückgesetzt und gemäß unserer Kanalstatuten heißt das für uns. Wir spielen eine Tower Challenge, bevor wir nächste Woche dann wieder weitermachen mit unserem neuen Charakter. Aber heute wird wieder ausgelost, wer wird Platz 2 hinter Kevin? Genau so läuft's! Und Stichwort Kevin, der ist natürlich auch wieder da! Hallo Kevin! Ja, hallo Leute! Und mein allerliebster Kollege, mit dem ich mich jetzt noch betteln kann, das ist der Benni! Hallo, du bist auch wieder dabei! Moin! Moin! Ich freu mich schon! Ja, ne? Einfach wundervoll! Und ich schalte euch die beiden jetzt mal zu hier, während ich sehe, dass Benni Stream und Kevin Stream grad noch Ton abgeben. Ich schalte das mal stumm, bis wir auf die beiden schalten. Ah! Und ihr seid schon bereit! Das ist fantastisch! Und während mein Ton noch lädt, kann ich ja mal ein bisschen was zum Besten geben. Wir haben ja gefragt, wie machen wir das mit den Handicaps und haben da auch ein bisschen Input bekommen. Und wir haben das ein Stück weit auch einfließen lassen und sind nun mit folgender cleverer Idee gestartet. Und zwar ist es so, wenn einer von uns oder mindestens einer von uns den Turm geschafft hat beim letzten Mal, bei der letzten Tower Challenge, dann muss er die nächste Tower Challenge mit Handicap spielen. Das ist im Endeffekt recht ähnlich wie früher. Ähm, nur dass diesmal das Handicap insofern schwerer ist, als dass wir jeden Turm nur noch einmal spielen. Das heißt, in dem Falle Kevin, der es ja das letzte Mal geschafft hat, muss diesen Turm quasi blind mit einem Handicap spielen. Aber, das Gute daran ist, dadurch, dass er es als einziger geschafft hat, darf er sich aussuchen, ob er ein leichtes, ein mittleres oder ein schweres Handicap nimmt. Wir erinnern uns, leichte Handicaps geben weniger Bonus-Stockwerke, aber sind dafür obviously einfacher. Schwere Handicaps wiederum geben mehr Bonus-Stockwerke, sind allerdings teilweise richtig, richtig knackig. Und, äh, Kevin, du hast dich fürs Auswürfeln entschieden, habe ich recht? So sieht's aus und ich hatte gerade richtige Vibes in unserer Schulzeit zurück, als du so schön gesagt hast, wir erinnern uns! Das war mein Plan, lieber Kevin. Ja, das waren Vibes an unserem Bio-Lehrer. Der volle Pulle Bio-Ulle Grüße gehen raus. Und, ähm, genau, das ist so unser Plan. Also, Auswürfeln, ihr merkt ja schon, das ist so ein bisschen unser Lieblings-Handicap, weil es wirklich komplett random ist. Man kann sich ein bisschen zurücklehnen, aber es ist manchmal auch echt irrsinnig witzig und man lernt Dinge kennen, die man vielleicht so nicht genommen hätte. Ähm, ich glaube, wir haben das, haben wir das als mittel oder als schwer klassifiziert? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, es war mittel, aber mittel, ja. Schwer aus meiner Sicht. Äh, it depends. Es kann halt, es kann halt auch richtig einfach sein, ne, wenn du, wenn die Zahlen halt gut liegen. Deswegen ist es, glaube ich, im Mittel schon eher Mittel. Wie dem auch sei, ähm, Kevin hat sich's rausgesucht. Kevin hat ein mittelschweres Handicap. Das heißt, er bekommt alle fünf Stockwerke ein Bonus-Stockwerk. Komma, wenn, lass mich mal kurz gucken, dass ein Turm mit... Ist mit 30, ja, ja. Ich kann das sagen. Ah, da, ist mit 30. Okay. Also, er bekommt alle fünf Stockwerke ein Bonus-Stockwerk. Und, äh, ganz kurz noch zur Erklärung, bevor wir hier losstarten. Wenn mehr als einer von uns den Turm schafft, dann muss derjenige, der in der Tabelle weiter hinten ist, sich ein Handicap aussuchen. Und Kevin, der Platz eins ist, oder beziehungsweise wer auch immer davor steht, muss mindestens eine Stufe schwerer nehmen als das. Das heißt, wenn wir es jetzt alle schaffen, ich bin der Letzte in der Tabelle, Benni der Zweite, Kevin der Erste und ich suche mir ein mittleres Handicap aus, müssen die beiden sich ein schweres nehmen, ob sie wollen oder nicht. Denn es muss mindestens eine Stufe höher sein. So. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Wenn nicht, dann, äh, werdet ihr das spätestens dann erfahren, wenn es mal soweit ist. Aber wir starten jetzt einfach mal den Turm, oder? Was sagt ihr, du Freunde? Denkt an das Verzaubern. Jaja, wir gehen jetzt rein. Sehr gut. Was, was würdet ihr denn hier verzaubern? Eigentlich, das hab schon gemacht. Äh, Schwächung. Oh. Ich hab aus Versehen Ketten genommen. Ich hab Ketten genommen und ich hab's nicht aus Versehen, sondern mit voller Absicht gemacht. Kann man auch machen, aber... Ich finde, das ist eine geile Verzauberung für den Turm, die Ketten. Oh, das war krass so ein geiler Move. Oh, und die sind schon wieder nicht ganz ohne hier, diese Kollegen Endemites. Ja, die sind schon ganz schön gefährlich. Die wurden... Boah. Also die wurden krass gebufft, hab ich den Eindruck. Und das Rätsel ist auch ganz schön krass. Das ist es ja immer. Puh. Danke, Creeper, fürs... Weiter kommen da noch viele Endermilben. Ich bin durch. Ja, ihr müsst aufpassen tatsächlich. Ähm... Es kommen noch ein paar Endermilben, während man das Stockwerk eigentlich schon geschafft hat. Die zählen offenbar nicht als Gegner. Ich bin aber auch durch. Ich auch. Und... Am Ende war es doch nochmal knapper. Oh Gott, das Rätsel. Oh Mann, die haben ja... Äh, ich glaub das war... Das war ein Fehler von denen. Die haben einfach aus Versehen die... Lösung des Rätsels vor das Rätsel gepackt. Nein. Nein. Und ich hab gewürfelt. Und ich hab gewürfelt. Und was hast du denn gewürfelt, lieber Kevin? 2? Nee. Eine 2 wäre doch okay. Eine 5. Seelenmesser. Oh, okay. Das Seelenmesser. Ja. Gut. Okay. Hast du es gerade erst verzaubert, aber... Nimm ruhig. Alles wäre besser gewesen als das Seelenmesser. Ich muss aber mal sagen, die Rüstung, mit der man hier startet, ist auch ziemlich Müll, oder? Naja, was heißt Müll? Es kommt auch ein bisschen viel auf die Verzauberung drauf an. Es kommt basically fast immer auf die Verzauberung an. Und die meine ich ja halt mit Müll. Auf Flammspur finde ich gar nicht so schlecht. Das stimmt. Das ist ganz okay. Im Early-Game dürfe das ganz gut sein. Oh, der aber Creeper reicht mir nicht, weißt du? Hä? Ich habe doch einen Apfel gegessen. Warum habe ich Leben verloren? Das Problem ist, dass es mir anfangen ist, dass Seelenmesser noch nichts bringt. Ja, das stimmt. Aber das sollte doch eigentlich ganz gut ein Damage machen, oder? Aber es viel ist so langsam. Naja. Sonst hast du mit langsamen Waffen kein Problem, weißt du? Oh, das ist das komische. Ja, weil die langsamen Waffen ja AOE-Damage machen, das Seelenmesser aber nicht. Ah, okay. Ich bin übrigens durch. Und meistens nimmt Kevin eine langsame Waffe, nimmt er ja die Sternlose Nacht. Ja, danke. Aber ich bin jetzt auch durch, ja. Meinst du auch? Ich bin auch durch, Kevin. Das heißt, du darfst würfeln. Das sollte vielleicht kein Bait. Ist das ein Bait? Nee, eigentlich nicht nix. Ich guck für euch. Kann man nehmen. Das ist für mich kein Bait, vor allem bei den ganzen, was sonst noch kommt. Ich hab ne 6 gewürfelt. Was ja auch pödie, pödie K ist tatsächlich. Das ist immer ein ganz okayischer, äh. Oh, der hat ja vor allem Schwächungen und Ketten, na das ist ja mal geil. Da hat ja basically beides, was auf der Startwaffe auf dem ersten Slot war, jetzt auf beiden, also auf zwei verschiedene Slots. Was? Ich hab auch so gesehen die Ketten genommen, wo die Schwächung dabei ist. Keine Ahnung. Das ist halt so, ne? Oh, Penny. Jeez. Du kannst auch zweimal Ketten verzaubern. Ich find selbst, das ist nicht falsch per se. Also auch damit kann man gut arbeiten, find ich. Ne, vor allem halt, weil man sich damit Zeit erkaufen kann, die im Turm manchmal echt lebenswichtig ist. Oh, ich bin aber von dem Sperr grad mega angetan, ne? Der ist, wie gesagt, also grad im Early Game dürfte der richtig okay sein. Oh, Mann. Hast du richtig okay oder richtig OP? OP, mein Geld. Okay. Okay. Also... Ja, okay. Ich... Okay, er ist OP. Sagen wir mal so. Ich bin durch. Ja, same. Sind wir alle durch. Nice. Okay. Okay. Uh. Ja, bin ich bei Benny, muss ich sagen. Ja, oder? Oh Gott, ich hasse das Level. Reep. Hab ein Leben verloren. So, Kevin. Ich verliere bald ein Leben. Hä? Was? Ich hab dir eins gewürfelt, by the way. Was war denn das? Hilf uns mal. Die Kletter... Die Kletterrüstung. Okay. Na, gemäß daran, dass ich ja die Rüstung nicht so geil fand an Empfang, ist es glaube ich nicht das Schlechteste, was dir passieren konnte. Ne, ist richtig. Ach so, das ist das... Ja, das Level ist immer... immer bissl tricky, weil du echt nicht viel Platz hier hast, ne? Das ist richtig, ja. Weil da auch immer schön paar Creeper kommen. Aber ich lass grad die Creeper meine Arbeit machen. Hm. Na gut, bin ich voll reingegangen. Das war jetzt nicht das, was ich meinte. Kevin. Kevin ist Next Level, der stellt die Creeper halt einfach für sich an. Schöner Arbeitsvertrag. Schöner Knebelvertrag. Also mich doch mal hier mit den... Äh... Ich muss irgendwie den Verzauberer wegkriegen, der geht mir grad tierisch auf die Nüsse. Same. Ich bin durch. Aber ich muss grad Pfeiler einsetzen, es geht nicht anders. Ja, muss man auch so schaffen, Kevin. Das ist richtig, aber ich schaff's nicht so. Ich bin ehrlich. Na gut, warst du ja auch ein Handicap? Das stimmt. Also ich finde gerade die Artefaktauswahl am Anfang ist echt gut. Ein Eisstab, Bienen, Flüstersperr, also... Ich bin durch. Ich hab halt nichts davon. Eben, und Kevin hat nichts davon. Also das ist dann schon respektabel, dass er immer noch so gut dabei ist. Das stimmt. Gehen schon mal wieder. Wenn ich wenigstens ein Seelen-Artefakt hätte, dann wär's ja okay. Würde ich sagen, na gut. Da würdest du dich sehlen, oder was? Da würd ich dich richtig sehlen, ja. Bin ich der Letzte, der noch am Fighten ist? Ja, ne? Wir sind beide schon ready for petty. Aber lass dich nicht stressen. Naja, ne. Was daran liegt, dass ich nicht weiß, wo der Letzte ist hauptsächlich. Musch du mal die Augen aufmache, Kevin. Zu groß ist das Level nicht. So viel Platz hast du ja nicht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn irgendjemand von uns nen Spruch drückt... Kevin ist übrigens durch, wir können weiter. Wenn irgendeiner von uns nen Spruch drückt, dann kann man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sicher sein, dass das noch in der gleichen Folge irgendwie zurückkommt. Ist so. Ich find das impressive. Das ist wirklich so. Ich hab ne 2 gewürfelt, das ist die Schuppenrüstung. Ist, glaub ich, gar nicht mehr so schlecht. Die Verzauberungen sind ein bisschen bullshittig, aber... Na, hat aber recht. Ist halt nur blöd, dass du halt ne Rüstung schon bekommen hattest. Könnte aber alles schlimmer sein. Ich hab tatsächlich den Feuerwerkspfeil genommen, weil ich finde am Anfang ist der nicht schlecht, um sich Gegner vom Hals zu halten. Ich hab den Verzauberungspunkt genommen, weil ich irgendwie nichts davon so toll fand. Komm mal, wenn man den auch trifft. Ja, das war überhaupt nicht in Range. Ach, ihr redet doch Schwachsinn, wirklich jetzt. Oh, das TNT war gut. Ich mag das. Oh, T... Creeper meine ich. Wandelndes TNT gewissermaßen. Ah, ich kann immer meine Bienen einsetzen. Kannst du machen? Hast du die vorhin die komplette Zeit nicht... Komplett vergessen. Wow. Just Benythings. Jetzt könnte ich mal einen TNT einsetzen. Also... Eine Güte ist echt schlecht mit den Feuerwerkspfeilen, muss ich sagen. Viele Creeper, ey. Ah, okay, jetzt hab ich ein bisschen Scheiße geworfen. Also wie, Emo? Ja. So... Just Benythings. Soll denn das jetzt eigentlich schon wieder... Was ist denn los mit dir? Nur weil du recht hast. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin auch durch, ja. Oh, diese Eiligkeit. Das ist einfach wunderbar. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, oder? Einfach eine andere Waffe haben. Okay, dann nicht. Uh. Na, das ist ja mal ein No-Brainer für mich. Ja, für mich auch. Ich nehm den leckeren Knochen, weil ich da zwei gewürfelt hab. Ich muss sagen... Ich glaub, ich geh halt auch... Der war unexpected gut. Komplett ein No-Brainer. Also, hab ich jetzt nicht mit gerechnet, dass du den Raul haust. Aber kam gut, kam gut. Ich auch nicht. Kevin ist heute alles ein No-Brainer, wisst du? Ja. Das ist auch schön, weißt du? Man kann den Kopf ausschalten, man lässt einfach den Würfel für sich denken. Ist doch eigentlich gar nicht verkehrt. So, ich hab's geschafft. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie bin ich schon durch. Ja, ja, same. Es ist verblüffend, sage ich euch. Verblüffend. Ah ja, Junge. Schon wieder eine 2. Ich bin auch durch. Mal gucken, was eine 2 ist. Bin gespannt. Oh, Glückwunsch. Das ist doch gut, Kevin. Das ist ja insane, Junge. Das ist doch super. Ich sag's euch. Ich bin eine Legende. Also, eigentlich hab ich ja einfach nur Glück. Aber ja. Ich glaub, das ist das erste Mal, dass ich einfach nur einen Verzauberungspunkt nehme. Den ich übrigens, fällt mir grad ein, auch mal wieder einsetzen könnte. Ich hab hier noch 5 auf Tasche gehabt. Was? Ne, aber auch sonst bin ich, bin ich, äh, ja. Just macht's ja Dings. Ja, da hast du recht. Ich weiß gar nicht, wieso du jetzt so bist, Benni. Aber du hast recht. Oh Gott. Wundervoll. 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 Alter, wie ich das überrascht hab. Oh. Wie ich das überrascht hab. Just Kevin sings, wait a second. What? Oh, ich bin durch. Hä? Das waren ja nur 3 Gegner gefühlt. Was ist das? Ja, ja. Ich wüsste auch nicht, wie Benni da shruggen konnte. Das ist mir unerderlich. Das Problem war, dass ich bei, dass ich die Spinnen bekämpft hab. Die haben mich dann eingesponnen und da sind ja die Creeper gespawnt. Hinter mir. Aber die Creeper sind bei mir vor den Spinnen gespawnt. Ich bin noch gar nicht gesehen. Bei mir sind Creeper gespawnt. Die Spinnen, die Spinnen. Die hab ich getötet. Danach kam Spinnen und Creeper. Ich war genau zwischen Spinnen und Creeper. Die haben mich eingesponnen und die Creeper kamen. Was hast du gewürfelt, Kevin? Eine 5. Na? Ist okay. Ist pretty good, ja. Da kannst du dich jetzt mal mit den Streuminen anfreunden. Ich hab übrigens die Höhlenforscherrüstung genommen, weil die gibt Schadensverstärkungsaura und Bienen. Ich überlege auch gerade. Oder ob ich die Jägerrüstung nehme. Die hat... Trinkt zwar relativ... Und die hat... Weiß ich nicht. Ja. Also, ich kann dir noch einen Tipp geben. Die hat Bestindetonator. Das heißt, jedes Mal, wenn du einen Trank nimmst, explodiert an der Stelle von meinen Begleitern was. Und mit Doppelbienen ist das, glaube ich, richtig mächtig. Ja, gut. Das ist ein No-Brainer. Stimmt. Und Kevin, dein No-Brainer waren die Streuminen, ne? Ja, ja, genau. Aber war... Ist auch okay. Ich nehm dir auch gerne die Streuminen. Also... Alles gut. Achso, natürlich. Sprengpilze waren es, mit denen du dich noch anfreunden musst, ne? Genau. Oh, Silberfische. Komm, geht weg. Geht weg, ey. Ihr seid die Endermiten der Unterwelt. Bam. Ein bisschen unruhige Musik hier. Ich könnte mal Wingen einsetzen, ne? Ja, ist ein bisschen stressend, die Musik, ne? Muss ich auch sagen. Echt? Ich hör die gar nicht. Ja, das ist ganz gut. Ich hab auch grad einen falschen Ton an, stell ich grad fest. Und bei Kevin kommt wieder kein Ton. Aber das kriegen wir gleich gefixt. Das liegt an mir. Das liegt nicht an Kevin. Das liegt an mir. Also, ihr hört grad keinen In-Game-Sound. Es tut mir leid. Das hab ich verkackt. Ich bin nämlich durch. Jetzt, äh, genau. Jetzt kriegt er nämlich den Stream von Benni. Und da gehört auch Ton dazu. Und den Ton von Kevin fixe ich an der Stelle auch ganz schnell mal. Ähm. Ich bin auch durch. So. Und Kevin hat jetzt auch wieder Ton. Das heißt, wenn wir das nächste Mal bei Kevin zugucken, gibt's wieder Ton. So, äh, ja. Durch bin ich an der Stelle auch. Oh. Mh. Mh. Was nehmen wir denn? Ich hab ne 5 gewürfelt. Nice, Kevin. Bist du damit zufrieden? Du ein Blasenbogen. Glückwunsch. Ich will ne mal ausprobieren. Also, ich find's jetzt nicht so schlimm. To be honest. Let's see. Was der, was der so macht. Ich hab mich für die Sprengpilze entschieden. Tatsächlich. Ich hab mein Heiltotem rausgenommen. Weil, ich glaube, das Heiltotem war vom Level her einfach nicht mehr angemessen. Oh, Endlevel. Jetzt kommt der Endboss. Mag Endlevel eigentlich jetzt nicht so sehr. Ich auch nicht. Ja. Also, sie sind mir lieber als Dschungel Level, sag ich ganz ehrlich. Ne. Ne. Also, mittlerweile mach ich lieber Dschungel Level. Gebe ich offen zu. Ne. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich mag die. Also, mit den Dschungelbestien, die sind zwar immer mal ein bisschen struggelig, aber mit denen... Entschuldigung. Ganz gut klar. Holy Shit. Das war... Hahahaha. Sprengpilze. Ihr seid so geil. Oh, du willst. Die haben ja gerade das Leben gerettet, ne? Ich war angepinnt und drei, vier dieser Ender Typen sind auf mich drauf gegangen. Das war der Moment, wo ich die Sprengpilze panisch gezündet hab. In Kombination mit meinem... Ähm... Heil... Also, Heiltrank. Aber der hat halt... Ja, am Leben schon. Also, die hat schon gesprungen. Jetzt haben halt literally wirklich... Ach, Mann. Was sollte ich denn da bitte machen? Das festhalten ist halt blöd von denen. Genau im falschen Moment wurde ich festgehalten. Wo hab ich jetzt hier das... Das ist fies. Hm. Ach, Mann. Und ich... Oh, ich bin durch. Ich komm mir halt basically auch nicht vorwärts, weil ich ständig runterfalle. Ja, das ist aber halb so schlimm, weil da... Stirbst du zumindest nicht an sowas. Dann kurz... Aber trotzdem Leben. Ja, aber... Ja... Kevin, ich... Äh, Benni, ich versuch dir den Knochen zuzuwerfen. Nee. Brauchst du nicht. Aber danke. Den... Den leeren Knochen hab ich im Inventor. Also... Den leckeren Knochen. Okay. Also... Ja. Na gut. Um das jetzt zu übertünchen, und weil Benni ja grad noch ein paar Minuten braucht, kann ich ja mal... Ein paar Lifestyle-Tipps geben. Oh Gott. Ja. Und zwar... Unter dem Hashtag, für euch getestet, kann ich sagen... Und es ist wichtig, dass ihr dran denkt... Wenn ihr... Die Startschnur... Eines Beyblades ganz schnell rauszieht... Dann müsst ihr drauf achten, dass kein Finger mehr am Beyblade ist. Das tut höllisch weh. Hm. Okay. So. Das war Tipp 1. Tipp 2. Nein! Ich hab gerade nicht hingeguckt und bin halt wieder am Anfang. Okay. Es ist gut, weil ich hab ja noch einen Tipp. Wenn alle Beyblades schon in der Arena sind... Und ihr merkt, dass noch irgendwas schief läuft... Versucht nicht, ein drehendes Beyblade wieder rauszunehmen. No! Ich hab das jetzt erst-level! Und fucking dammit! Für mehr Lifestyle-Tipps folgt mal zu seinem Instagram-Kanal. Genau. Der... Oh, warte mal. Ich hab basically den falschen Ton für den falschen Streaming gemacht. So rum geht's. Ich mach dann wieder... Oh, liebes Amulett. Mmh. Achso, wir können schon weiter. Ich hab ne 6 gewürfelt. Es ist basically nicht so geil, aber naja. Das ist aber tatsächlich schwierig, weil es gibt zum einen... Das Abschirm-Totem, was mir möglicherweise... Helfen könnte. Aber es gibt auch das Liebes-Amulett, was mir möglicherweise... Äh... Helfen könnte. Ich hab das Liebes-Amulett genommen. Ganz ehrlich, ich will einfach grad beim Händler nix aufwerten. Ich auch. Ich hab meinen Flüstersperr auch aufgewertet. Das weiß ich nicht. Ich will einfach nicht. Ich werd noch Verzauberungspunkt auf. Ähm... Ja, ich werd aber auch den Flüstersperr aufwerten wahrscheinlich, weil... Alles andere ist ja Quatsch. Wobei die... Die Höhlenrüstung wäre noch ne Variante. Die Höhlenrüstung zu nehmen. Ich hab auch die Schuppenrüstung genommen. Jetzt... Vielleicht sogar besser. Ich nehm die Rüstung. Ich fand, der Speer hat mir zu wenig Schaden gemacht. So. Ich mein's auch, aber... Oh, Spoiler-Junge! Oh... Das halt nicht. Na, jetzt ist es auch zu spät. Der Name ist Benny. Spoiler-Junge. Hahaha. Spoiler-Junge, ich bin ein Spoiler-Junge. Ja, Kevins erster großer Hit. Ne, das war angelehnt an einen bekannten Schlager. Oh Gott, Schlager. Oh, Kevin. Was war unser Deal? Hahaha. Singen okay, aber keine Schlager. Dankeschön. So ist es. Auch keine Angelehnten. Hahaha. Na, das Wort, was vor dem Junge normalerweise steht in dem Lead-Titel, ist mittlerweile verboten. Ah, ja. Das war die abwertende Bezeichnung für Sinti und Roma. Hm. Ah, ja. Okay. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt was. So war der Lead-Titel damals. Ich weiß gar nicht von... War das von Lena Valaitis? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab letztendlich keine Ahnung, wer Lena Valaitis ist. Das ist halt auch einfach der Fehler. Hä? Das spielt auch keine Rolle. Nichts davon ist der Fehler, ja. Uuuuh. 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 Ne. Oh, oh. Ne, es gibt so... Was ist ein Gehör für Kevin? Ne, ne, sechs. Oh boy. Oh boy. Es gibt so geile Sachen hier. Ja, die Plattenrüstung. Ja, und die Meuchelklinge? Wär zehnmal besser mit Bienenverzauberung und Schwächung als mein Seelenmesser. Hm, ich überlege halt auch gerade, aber... Hätte ich mit Kusshand genommen. Mit Kusshand. Ne, irgendwie ist die Meuchelklinge zu früh. Ruhig überlegt bei der Plattenrüstung. Ja. Nehme ich auch. Ah. Nö. Meine Güte. Ich bin sehr zufrieden mit der Meuchelklinge. Ich hab die genommen. Ähm, hätte sich wahrscheinlich auch anders dargestellt, wenn ich jetzt nicht mal... äh, wenn ich jetzt meinen Flüstersperr wie Benni gerade, äh... Die Frage. Finales Brüllen verbessert hätte. ...oder Schutz. Schutz. Ja? Ja. Ich hätte finales Brüllen gesagt, aber gleichzeitig sage ich, höre lieber auf Kevin. Mhm. Mhm. Oh, diese Klinge einfach nur Gott gegeben. So, jetzt bräuchte ich ja auch mal ein Schlückchen Luft, wenn's geht. Ja, gerne. Ach, hier ist ja was. Danke, Christian. Bleib für dich gegeben. Oh Gott, Alter! Oh, das bissl... Was war das jetzt? Ich bin mir noch nicht sicher, was das war. Henna, das war christlich. Schön. Gibt einen Daumen von dir. Ist das nicht schön? Bissl zu viel war. Nee. Entschuldigt, wenn dann. Soll ich euch mal was übelst krasses sagen, was ihr mir garantiert niemals glauben werdet? Was denn? Ich bin das allererste Mal beim... Also beim ersten Versuch gewissermaßen bei diesen Strömungen vorbei. Nice. Ich auch. First try. Ja, bei Kevin ist das ja nichts besonderes, ne? Doch. Guys, I did it. Normalerweise geh ich da einfach stur durch und warte bis es funktioniert. Erinnert ihr euch das eine Mal? Jaja. Ja, gewissermaßen schon. Hab ich das auch gemacht. Ich geh jetzt auch mal stur durchrennen. Okay. Die Folge hat überlänger, liebe Freunde. Könnt euch freuen. Nein. Ich für meinen Teil bin an der Stelle durch. Ich warte jetzt einfach mal hier auf dem... Auf dem, ähm... Oh! Auf den Blasen. Also... Oh! Benny, Alter! Mehr Glück als Verstand, der Kerl, ey. Kannst du dir nicht ausdenken? Kannst du dir nicht ausdenken? Kannst du dir nicht ausdenken? So, sind wir alle durch. Ejo. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich hab ne 5 gewürfelt. Let's see. Oh, na dann lass doch mal blicken, was die 5 hier zu bieten hat. Ach komm. Ich wollte kein Seelenbild. Ich wollte es eigentlich nicht, aber... Nimm es wie es kommt, Kevin. Jetzt beschwer dich nicht. I have to, I guess. So, Papa nimmt die Explosion ins Armbrust hier. So, klar. Ich hab auch genommen. Das ist ein blödes... Oh, da kommen wieder diese dämlichen, ähm... Oh, na. Palastwachen, die wirklich keiner haben will. Aber da ist der Flüstersperr ziemlich gut, weil der hat ne ziemlich große Range. Das stimmt, ja. Wir müssen übrigens auch mal umschalten. Wir sind ja ziemlich am Level weiter. Das heißt, wir gucken bei Kevin zu, nicht mehr bei Penny. So, aber da könnt ihr mir vielleicht, vielleicht das Liedes-Amulett... Sehr gute Dienste erweisen. Das war diesmal moderat schwierig, würd ich sagen. Ey, die ist schon durch. Ich hab gerade erst angefangen. Holl. Ja, ne, Johnny, was der macht. Ich hab tatsächlich zweimal in Ernte eingesetzt. First time. Aber... Der war ja richtig gut. Hahaha. Richtiger Caesar-Move mit der Meuchelklinge. Geil. Einfach Messer an den Rücken. Caesar. Nicht Caesar, Caesar. Ich hab Caesar gesagt, aber ja, gut, okay. Kann sein, dass ich ein bisschen undeutlich geredet hab. Nein! Ist egal. Ich hab Caesar verüßt. Caesar-Move, das klebt. Das ist geil. Caesar-Witz, alles klebt. Hahaha. Ich weiß nicht, ob das so ein... Ob der sich durchsetzt, Kevin. Ich weiß nicht. Wir sind übrigens alle durch. Kevin, du darfst... Ohhhh. Oh Gott. Aber die haben keine Biene. Ja! Ich hab ne Eins gewürfelt! Yes, Mann! Glückwunsch. Ich freu mich tatsächlich für Kevin. Ich freu mich, dass er auch mal was Gescheites bekommt. Ohne Frage. Find's gut. Ach. Leer und berührte Klingen. Ich war noch nie so froh, dass ich leer und berührte Klingen hatte. Meine Güte. Ohhhh. Das ist verrückt, ne? Ich hab mich schon nicht verkleckt. Das Auswürfeln? Ach, hast du nicht genommen? Das Auswürfeln, das macht... Ich hab halt keinen kritischen Treffer gewählt. Äh, beziehungsweise nicht, den Schutz nicht weiter verzaubert. Meine Gesundheitssynergie ist im Endeffekt nicht schlecht. Krieg ich jetzt halt beinahe. Ah, das sind halt Fehler, die dürfen einfach nicht passieren, Benjamin. Ich weiß. Passieren mir aber trotzdem. Ah, dieser Kevin, ey. Was? Hast du ja recht. Ja, genau. Das sind Konzentrationsschwierigkeiten. Das darf nicht sein. Ja. Nee. Fresst Pilze! Oh, macht es Spaß, mit einer Waffe anzugreifen, die bisschen schneller ist. Oh, wie sagst du das, ey? Die Klinge ist einfach nur so entgeil gerade. Bin durch! Same! Wenn ich die jetzt wieder abgeben muss, ne, dann schreie ich. Ich sag's dir, ich schreie so laut. RIP-Headphone-Users. Vielleicht gibt's ja einfach was viel besseres. Pass auf, du würfest schon mal und ich guck mal, was es gibt. Ich hab schon. Ich hab schon gewürfelt. Okay, was hast du denn gewürfelt? Auch durch. Mit drei. Ja. Ich hab gute Nachrichten für dich, die schlechte Nachrichten sind. Ach nee. Was für leichte Feder, Brudi. Aber es ist ne besonders mächtige Rolle. Ja, ja. Mit mehr Rückstoß und Betäubung. Ohne Mist. Gibt ganz andere Dinge, die mächtig sind. Das wär auch ein übelst glaub ich dir. Ja. Oh, von links und rechts kam ein Creeper und ich bin einfach ins Eis rein. Ein bester Move. Ja. Ich konnte nicht weglaufen, sonst wäre ich tot gewesen. Also bin ich einfach in die Mitte gesprungen. Darf ich mal anmerken, dass es ultra beschissen ist, dass die B-Taste immer erst im zweiten Anlauf funktioniert? Ja. Die Pilze hätten den Creeper weggeschnippelt, aber nein. Das passiert ja nicht, weil die B-Taste ja dachte, oh ich hab heute Mittagspause. Gut, aber das ist ja ein bekanntes Problem. Ja, aber trotzdem. Ja, aber es ist Sackgang. Es muss doch nicht sein. Ich weiß, ich weiß. Brauchst du mir nicht sagen. Das tut doch nicht, no to that. Dann muss ich immer ein Stückchen mehr tryharden, das ist echt anstrengend. Nur weil diese B-Taste nicht funktioniert. Es ist so, das ist einfach nur... Mobbing? Weiß ich nicht, ja. Das ist fehlender Lifestyle, das ist Lebensqualität, die da literally verloren geht. Begreif doch halt einfach mal das dornige Chance, Leute. Bin durch. Ich auch. Ich bin auch durch. Dornige Chance, dein Gesicht. Dornige Chance. Alter. Und gelitten. Hast du eine 5, Kevin? Was ist los? Ja, ich hab eine 5. Oh, Glückwunsch. Das ist ja mal insane. Oh, der Expansionsabbrust. Ist sie gut? Ja, das ist... Und kurz vorm Bass. Kurz vorm Bass. Oh. Und jetzt noch kritischer Treffer verzaubern. Und dann, dann bin ich so ein glücklicher Kevin. Ich sag's euch. Oh. Ich bin auch glücklich. Ja? Ja. Ich bin angsterfüllt. Was? Du bist mit Hass erfüllt? Wieso? Ich bin angsterfüllt. Ach so. Weil jetzt ein Bossstockwerk kommt. Nicht verabscheuungswürdige Bossstockwerke. Und bei meinem Glück ist es ja Kessel. Nee, ist es nicht. Nee, es sind... Ertrunkene Necromanten. Oh. Oh, Negros. Was? Oh, du Petersen Bastard! Wow. Was war das denn für ein Damage? Damage aus der Hölle! Bam, 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 bam. Oh, movement is key! Mein Heiltrank, wo bist du, wenn ich dich brauche? Habt ihr Probleme oder was? Nein. Nein, ich bin gestorben! Ich hasse es. Ich hasse es so sehr, wenn ich so ein cocky Vollidiot bin. Ich mach das wirklich jedes Mal. Und ich hasse mich so sehr dafür. Wirklich. Es ist meine Spielweise, aber ich... Manchmal hasse ich meine eigene Spielweise. Aber siehst mal so, deine Spielweise hat dir einen absolut unangefochtenen Platz auf... Also, den ersten Platz in der Tabelle besorgt. Ja, ne, klar, aber ist doch... Das tut doch nicht nöt. Das tut doch nicht nöt, tut das. Mein Spruch. Nö, jetzt ist er so. Jetzt gehört er uns. Deine Sprüche sind meine und sind unsere Sprüche, Matze. Scheiße, was ist denn da? Ja. Es gibt so ordentliche Sohn-Ziel-Sprüche. Ich erklär dann, was passiert ist. Ich muss erst mal den Frust rauslassen hier. Ja. Die Zuschauer wissen es ja eh schon. Die haben da bei dir zugeguckt. Ich bin an der Stelle by the way durch. Glückwunsch. Danke. Aber sieht doch ganz gut aus im zweiten Anlauf, Kevin. Das sah auch im ersten Punkt aus. Hast du deine Cockiness ein bisschen in die Tasche gesteckt. Ah, meine Güte, ey. Na, ich... Ich habe gedacht, okay, du hast den ersten Negrotypen da tot. Dann kannst du den Rest ja einfach im Nahkampf machen. Du wirst den Schaden schon weg tanken. Hm? Haben wir gemerkt, wie das funktioniert hat. Ja, das klingt dumm, wenn man es so hört. Ja, ist es auch. Ich wollte halt Seelen sparen und Pfeile sparen und alles sparen. Für schlechte Zeiten. Aber gut, ich versuche auch die ganze Zeit, um Pfeile zu sparen. Und das ist, glaube ich, auch ein Fehler. Klar, das ist ein Fehler. Ja, ich habe dann aber auch kein Mitleid, wenn du jetzt stirbst, Benny. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Das wäre halt echt Karma. Ja. Hast du ja recht. Vor allem... Ihr freut euch halt so hart über diese Explosions-Armbrust. Und dann im nächsten... Pfeile sparen, Pfeile sparen. Ja, klar. Wenn man einen Zeitpunkt halt eher braucht. Ist so. Ja, klar, klar. Man weiß ja niemand, wann man die 768 Pfeile mehr brauchen könnte. Ja, ist auch so. Also die Explosions-Armbrust, die ist noch in Top-Zustand. Die ist near mint. Die kann ich noch gut verkaufen bei Kleinanzeigen. Das sind halt uns... Naja, das ist halt unsere Herkunft auch, Matze. Du weißt es doch. Immer ein bisschen Vorrat. Ich weiß. Da müsste man richtig heftige Konsum-Opfer werden. Pockertöffeln. Das willst du nicht. Pockertöffeln, ne bisschen Kuhl. Heuerhölz. Racherkatzel. Wenn wir es auch durch. Genau. We all made it. Oh, oh. Nee, eigentlich ist es ein No-Brainer. Ja, oder? Ein Schneeball und Einfrieren. Oh, ich hätte so gerne Rützen frei gehabt. Rüstung, aber trotzdem auch wenn Folie erntet ist. Ja. Na eben. Wenn du natürlich dann die seltene Rüstung auch noch einzigartig machst, ne? Dann lässt es schon... Das ist schweizig. Nice. Aber ich habe übrigens eine 4 gewürfelt. Oh, Eis! Was war denn das, die 4? Der Golem. Der Golem. Oh, das ist aber... Also... Das kann man auch nehmen. GZ, würde ich sagen. Ist alles supi. Damit kann man... absolut arbeiten, würde ich sagen. Ja. Da kommen ganz schön viele Creeper am Anfang, hä? Ähm... Ja. Tatsächlich. Aber auch für ein Foliant. Einmal durchgewirbelt. Mächtiger Wirbler. Ich bin durch. Mächtiger Wirbler. Jo, same. Same. Ich bin erstmal ins Eiswasser gefallen, weil ich es gar nicht gesehen habe, dass der Weg ist. Alles klar, da kann ich mir noch ein bisschen Wasser ansiehen. Grundsätzlich viable, Kevin. Also... Hä, wo ist jetzt noch jemand? Hä? Okay. Ach da. Gib ihm. Nice. So, was? Wir sind alle durch und Benni ist auf dem Klo, oder was? Hä? Ich habe mir Wasser eingegossen. Ist mir überhaupt zu? Ne, hörste nicht. Würde ich auch nicht machen. Okay, also wenn Benni noch auf dem Klo ist... Gehen wir weiter. Ich habe eine 5 gewürfelt. Eine gespenstische Rüstung. Ist sie gut? Ja. Ich überlege auch gerade die zu nehmen. Ich nehme sie auch. Kevin Würfel hat aber auch immer noch den geilen Shit, ne? Es ist insane. Es ist insane. Vielleicht beim Rollen kurzzeitig Gespensterforms war nicht so überragend, aber... I take it. Die Verzaugelungen sind gut. Geil, wir haben den Einzigartigkeitsschmied. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ich dachte mir schon. Was nehme ich denn da? Wahrscheinlich die Klinge. Ja, definitiv die Klinge, wenn ich mir so drüber nachdenke. Ein Flinkstich. Ein Flinkstich. Die gespenstische Rüstung oder die Explosionsarmenbrust. Ne, ich nehme die leeren berührten Klingen. Tatsächlich. Beste Entscheidung, Kevin. Beste Entscheidung. Weil... Erstens sind die ziemlich runter und ich weiß, dass die einzigartige Dings ziemlich gut ist. Ist die einzigartige Gespenstische Rüstung gut? Ähm... Ich weiß grad nicht, was der Bonus davon ist. Ich mach's jetzt einfach so, Gespensterflamme it is. Also, sorry. Ich hab nicht von jeden die... Spawnt beim Rollenfeuer. Reep! Naja, es ist nicht so geil, aber... Ich hab's jetzt einfach gemacht. So, ich wollt's wissen. Passt aber zum nächsten Level, Freunde. Es passt zum nächsten Level. Ah, ein Höllenlevel? Ja. Cool. Oder? Oder? Finde ich jetzt nicht ansatzweise so behindert wie die Dschungel-Level. Wovon es übrigens noch kein einziges gab in dem Turm, ne? Ja, deswegen lebst du ja noch. Äh, was? Ja, ne, es ist okay. Ich hab's gleich gesagt. Kevin, alles gut. Alles gut. Ich bin da bei dir. Du hast doch recht. Man muss halt auch den ehrlichen Ding ins Auge schauen. Auch wenn sie gegen einen gehen. Kevin wird wieder cocky. Geht eigentlich. Kevin hat leider recht. Ich bin heute gut in Form, was meine Sprüche angeht, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Nein! Was passiert? Mein Schnitzel ist in die Lava gefallen. Wieso? Mein schönes Schnitzel. Ich wollt's doch auch. Oh, das war jetzt grad so schön. Ich hätte es zwar nicht gebraucht, aber ich musste es in Ernte einsetzen. Es waren so viele auf dem Haufen. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Manchmal muss es auch einfach nur Spaß machen. Das stimmt, ja. Ja, das ist richtig. Da steht für dich doch Spaß im Vordergrund. Oh, ne. Ich bin durch. Ich auch. Der einzige, der besitzt den Leben verloren hat, ist Benni, ne? Ja. Naja. Weil es halt in einem Endlevel war. Nein! Kevin hat auch ein Leben verloren. Ja, stimmt. Ich hab auch nichts verloren. Nein! Das ist mir jetzt nicht passiert. Ich muss jetzt nicht die... Das war leider, leider, leider was abzusehen, dass es passieren wird, Kevin. Ach so. Okay, ich dachte, du hast deine lernberührten Klingen jetzt auch opfern müssen. Who cares about lernberührte Klingen, wenn ich eine Explosionsarmenbrust hab? ALTER! Die basically jeden Boss einfach nur vier teilt. Jeden! Who cares about... Explosionsarmenbrust, wenn du lernberührte Klingen hast. Ja, also... Du kannst gerne mal das nächste Mal in den Nahkampf gehen bei dem Boss. Mach doch einfach mal. Aber dann gehst du auch nie raus aus dem Nahkampf. Nie! Und wehe, du stirbst dann. Hm? Ja, jetzt sagst du eigentlich nichts mehr. Ja, ihr blöden Skelette, wärt jetzt eine höhere Reichweite. Ha? Ja! Ich lass einfach die Skelette gegeneinander kämpfen. Los, kämpf für mich, Sklaven! Nein, ich hab sie gegen den einen letzten Zombi ge... Cool. Ach, Mann! Auch nicht schlecht! Ein TNT nach dem anderen da reingeworfen und... Nö, die TNT spar ich mir fast zusammen mal. Unlustig. Ich hatte aber vier Stück, also... Achso. Können weiter, wir sind alle durch. Achso, cool. Hallo! Ich hab ne... Nein! Oh Gott! Also bei der ist es ja echt ne große... Es ist ne hohe Wahrscheinlichkeit, dass Kevin jetzt tatsächlich seine leeren berührten Klingen opfern muss. Kevin? Was hast du denn gewürfelt? Ich möchte einfach nicht drüber reden. Äh... Schade, ne? Wir sehens ja. Musst du jetzt schon wieder den scheiß Sturm besser nehmen? Entschuldigung. Das ist einfach Iroli des Turms. Ich möchte einfach nicht drüber reden. Puh, da war ja irgendwie die Hölle los. Schon, aber es war irgendwie alles relativ... I did it. I'm durch. Relativ cool, yo. Puh! War kurz ein bissel... kurz ein bissel anstrengend, aber dann ging's. Ich bin dauerhaft festgehalten. Jo, same. Nice. Aber das Insane ist halt, dass Kevin hier trotzdem durchspaziert, ne? Also... Ja, weil ich jetzt genervt bin. Okay, das ist ja irgendwie auch... Okay, ne? Was dein Ansporn ist, ist ja dir überlassen. Ich hab jetzt einfach zweimal den Enter gedrückt. Scheiß auf Seelensporn. Wir sind jetzt durch alle, oder? Ja, ja. Ja, sind wir. Hm. Schwierig, Schwierig, vielleicht sollte ich auch mal... At least hab ich ne Eins gewürfelt, weil schlechter ist der Bogen Konzny werden. Also, I mean... Ne, ich nehm Verzauberung. Das Traurige ist ja nicht mal unbedingt, dass die Klingen weg sind, sondern das Traurige ist es, dass mein Einzigartigkeitsverzaubern komplett für'n Dulli war. Ja, das ist eben der, die Krux, wenn man, wenn man, äh, äh, Auswürfel nimmt, ne? Man darf sich an sein Zeug tatsächlich nicht gewöhnen. Das ist gefährlich. Ich baue da aber so ne gewisse Verbindung auf, weißt du? Das ist das Problem, ja. Das ist, äh, da kannst du ja in DayZ üben, da ist es nämlich auch äußerst fehlerhaft, das zu tun. Deswegen mach ich's nie. Nee. Genau, und das musst du auch in Minecraft Dungeons, wenn du Auswürfeln hast, machen. Ich erinnere mich nochmal, dass, äh, ein gewisser Matze sich beschwert hat, dass ich zu meinen Charakteren in DayZ nie eine Verbindung aufbaue. Und dann literally jetzt genau das Gegenteil sag. Nee, 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 nee. Zu Gegenständen. Nein, nein. Richtig, du sollst nicht an deinen Gear gekoppelt sein, an deinen Charakteren natürlich schon. Aber, weißt du, was auch ein Gegenstand ist? Ein Hirschkopf. Äh. Nee, das, äh, Freunde sind keine Gegenstände. Ja, aber vielleicht sind für Kevin die ganzen Waffen auch Freunde. Oh. Ja, jetzt wär' wir aber blöd, jetzt wär' wir aber ein bisschen, weiß ich nicht. Äh, da, da, da denken wir jetzt ein bisschen um die Engel, ne? Da ziehst du die Grenze, auch bei Hirschköpfen nicht. Das ist, das ist jetzt ein bisschen zurechtgelegt, finde ich. Ich finde ehrlich gesagt, dass der, dass ich den Finger direkt in die Wunde reingelegt hab. Seh' ich auch so wie Benni. Muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich siehst du das wie Benni, du magst ja auch Freddy nicht. Niemand von euch mag Freddy. Das ist richtig. Das sag' ich auch ganz ehrlich hier an der Stelle. Ja, das ist auch okay. Ihr dürft ihn ja nicht mögen, aber ihr könnt jetzt nicht einfach ein, äh, Lebewesen, was uns mit seiner, äh, mit seiner Existenznahrung beschenkt hat, können wir nicht gleichsetzen mit einer Waffe, die einfach nur ein Ding ist. Es geht ja auch nicht um das Lebewesen, es geht um den Kopf des Lebewesens, den du als Trophäe in deinem Rucksack mitschleppst. Und die Waffen schenken uns ja indirekt auch Nahrung. Ja, du könntest den Hirsch aber auch einfach, weiß ich nicht, das Genick brechen oder so. Es sind übrigens alle durch, oder? Wir sind alle durch, ja. Das ist richtig. Ich hab', ähm, ja, ne, danke, ich wollte sowieso alles nicht haben, was ich besitze, also hab' ich ne 4 gewürfelt und ne neue Rüstung. Ja, super. Ach, Leute, Leute, ich bin am überlegen, ob ich jetzt hier, ich glaub' ich nehm' die Bienenrüstung. Ich würd's auch gerne nehmen, aber ne. Das ist einfach. Ne, ich bleib' bei meinen Verzauberungspunkten. Uh. Na, Mensch. Das Einzige, was gut ist an der Picklin-Rüstung, die ich genommen hab', ist, dass ich, ähm, Schneeball da drauf hab'. Das ist wirklich das Einzige. Sonst ist das einfach alles nur Abfahrt hier. Ich sag's. Schneeball ist doch aber gut. Oh, Boss, was? Naja. Holy shit. Oh, nein, ich hab' zwei TNT. Das ist ja vollkommen out of place geworfen. Und ich hab' keine Begleiter mehr. Ach doch, die Bienen. Von meiner Rüstung. Sorry, wenn's ein bisschen länger dauert. Ich hab' leider ne Waffe, die stehen bleibt beim Angreifen. Also, hier geht's tatsächlich wieder primär um Movement. Eigentlich ausschließlich um Movement. Also, es ist ein Level, was wieder ein bisschen dauern wird, aber was, glaub' ich, schaffbar ist unterm Strich. Mhm. Oh, das war so unfassbar richtig, die, die Bienenrüstung jetzt zu nehmen. So, ich bin durch. Lol. Holy shit. Ich hab' gesagt, ich bin jetzt genervt. Das ist mal ne Ansage hier vom Kevin. Einfach nur genervt jetzt. Also. Meanwhile hab' ich ein Drittel gerade geschafft. Nee. Ich hab' zwei Drittel gerade geschafft. Zugegebenermaßen, ähm, hat das Seelenmesser verdammt gute Verzauberung. Das muss ich jetzt mal lassen. Also. Du warst ja gar nicht komplett lost. Nee, nee, durch Lernschlag hab' ich ja ne 400%ige Schadensmultiplikator drauf. Und, da ich immer so schnell angegriffen hab' trotzdem, hat sich das immer weiter in der Höhe gesteigert. Also hab' ich mit dem Schlag teilweise, weiß ich nicht, ne, ein Achtel-Leben abgezogen oder so. Also. Teilweise schon ein... Puh. Bin durch. Easy as fuck. Iiiiih. Ich bin trotzdem genervt. Nee, ich geb' auf hier mit ihnen. Sie schreien nicht. Ach. Cholérische Therapeuten. Beste. So. Äh, liebst du Benni, wie weit bist du denn? Ich bin ein bisschen unten im Dritte. Bin ja grad das zweite Rille geschafft, genau. Ich hab' schon mal ne 5 gewürfelt. Oh, soll ich rumma teasern? Willst du schon mal gucken? Ja. Und? Oh. Ich weiß nicht, Kevin, ich weiß nicht. Ich hab' Angst, wenn du schon zu lachst. Was hältst du grad von deiner Fernkampfwaffe? Ich hab's nur noch nie benutzt, also I don't care. Okay, na dann, dann ist es glaube ich, dann kannst du damit leben. Okay. Äh. Oh. Oh, es kommt ein Händler, by the way. Ein Händler kommt jetzt. Ernsthaft, aber in Jagdbogen? I mean. Hä? Ich hab' nicht gesagt, dass es gut ist. Guckt ja schon alle nach. Ja, wenn du hier... Wenn du's so ewig brauchst hier, um mal zur Potte zu kommen. Hä? Haben doch alle Zeit heute. Nee. Riech's aus, oder was? Ich bin ganz ehrlich, ich überlege, ob ich die Rüstung nehme oder das Seelenmesser. Okay. Okay. Wie kannst du das überlegen? Achso, du bist schon beim Händler. Ah ja. What? Nee, also ganz so schnell ein bisschen betrieben hier. Wieso? So, Benni ist an der Stelle jetzt durch. Und jetzt... Achso, ich dachte Benni ist schon durch. Hä, na wann hab ich das gesagt? Hä, na wann hab ich das gesagt? Weiß ich nicht. Hör das noch nicht zu. Siehste? Was ist das Problem? Hä? Aber warum sollte ich? Aber jetzt wo Benni durch ist, geh ich auch mal zum Händler. Okay, ich hab' mich entschieden. Ich auch. Ah. Ah. War das genial. Genial. Ich bin einfach so ein guter Spieler. Ich nehm' die Rüstung. Einfach weil... Bienenrüstung ist Liebe. Ich carry jetzt meinen Flüsterspär durch. There it is. Ich hab' die Picklin-Rüstung genommen. Und die vergoldete Verzauberung ist tatsächlich Begleiter, Angriff und Geschwindigkeit erhöht. Aber ist... Und ich hab' ja noch den Golem und einen leckeren Knochen. Also gönn' ich dir, aber... Du hast immer den Hund. Geil. Begleiter sind's einfach. Ich find's... Ja nee, ich find's aber cool, dass Kevin immer noch seinen Hund hausieren fährt. Also muss er ja, ne? Aber ich find's trotzdem irgendwie knuffig. Ich hätte können aber was anderes weg tun. Oh, bitte keine... Bitte keine Ravager. Ja doch, Ravager is in love. Ich will überhaupt nicht wissen, was du mit Ravager machst, aber ich find' die überhaupt nicht liebenswähr. Hä? Naja, vielleicht ist das aber das Problem, warum du immer bei denen scheiterst. Nee, ich glaub' nicht, dass es ein Problem ist, Ravager zu hassen. Also, weiß ich nicht. Denk' ich schon. Denk' auch. Nee. Weil die mögen... Die hassen dich ja dann auch zurück. Hass erzeugt gegen Hass, Matze. Ist so. Ja, aber lieber zurück bei Ravager halt trotzdem Hass und keine Gegenliebe. Das weißt du doch gar nicht. Das weißt du doch gar nicht. Ja, wer kommt doch immer durch? Ja, wer kommt doch immer durch? Mein Gegenhass. Aber bestimmt nicht in dem, was du gibt. Kannst du mir nicht erzählen. Ist Bullshit. Komm. Wohin? Zu mir. Okay. Was gibt's da? Pferdelasagne. Mh. Bah. Ich bin deutlich. Mh. Bah. Hä? 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 Ja, ich glaub schon. Ach komm, das ist doch troll. Ach komm, das ist doch troll. Jetzt hast du dir gewürfelt, Kevin. Äh, drei. Das ist doch Komplett Träno. Dann sei doch froh, dann kriegst du sie wieder. Ja, aber nicht einzigartig. Oh, sie haben... Sie haben... Sie haben... siehste aber es geht dann ist es okay ja klar ich muss mich immer erst mal beschweren aber wieso kannst du nicht einfach mal nee nee okay kann ich nicht alter die golem schelle komplett in sein gesicht schaden war verstehe ich gar nicht voll mit dem erntereien bin tot das leben oder leben oder ja wie kann es denn bitte sein ich bin halt für literally zwei sekunden in der lila wolke drin durch falls nicht durchgekommen ist das ist auch nicht durchgekommen aber ich bin auch durchgekommen okay jetzt schaffst du es jetzt das ist doch dein normaler zyklus oder flame bist du kein leben mehr hast und dann einfach durchkehren bis zum ende das ist die benny tower sagt er gleich gar nichts aber ich mich konzentrieren muss konzentration unnormal wie viel die schaden machen die verzauberer das stimmt die sind tatsächlich nicht ganz ohne muss ich sagen weichen kann man dem halt manchmal auch gar nicht ausweichen also kevin würde sagen total easy weg selber schlechten da hat er vermutlich auch recht aber egal movement is key so ich bin jetzt durch nein nein das heißt es würfel time für kevin joo stimmt es wieder irgendwas gutes weg ich habe nur zwei gewürfelt die verstärkte ketten rüstung ist aber auch bad also die verzauberungen sind komplett bad kann sein weiß ich nicht apropos verzauberung alles brauchen sie schon naja nächstes mal finde den tower bis jetzt ziemlich machbar zu be honest muss ich auch sagen das merkt man schon daran dass ich in stockwerk 27 bin also jetzt ich wollte damit nicht benny blamen nur wie gesagt die tode waren alle vermeidbar das war unnötig dass ich bei beiden malen gestorben bin ha 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 tschuldigung war nicht auf deinen tod gemünzt war auf den äh naja alles gut ich lebe und hinaus man muss ja auch mal glück haben ne ich bin durch darauf noch ein apfel und schnitzel same darauf ein würfel ich will gar nicht wissen wie lange ich bis jetzt keine sechs hatte schon wieder ja stimmt du kriegst nicht viele verzauberungen abrufe verzauberungen ich könnte ja mal was verzaubern durch so nice wechsle ich die bienen für den golem aus ach komm ich glaube ja ne wehste ich ach oh golem ach komm oh ne das level ist jedes mal dabei na weil ich die dolche hab ach so ähm ja golem werde ich definitiv auch nehmen ich überlege nur wofür wahrscheinlich für die umhänge tasche der elemente oh wirklich das level ist ja wirklich sackgang hoch 10 was hat das weißt ja doch einfach so unnötig lange dauert weißt du verbringst so viel unnötige lebenszeit damit auf diesen plattformen zu stehen und zu existieren ich habe tatsächlich jetzt hier strahlenkranz genommen weil die ziemlich schnell sind die dolche hm stimmt ist nicht die schlechteste entscheidung denke ich mal wir werden uns gleich sehen ob die entscheidung schlecht ist oder nicht ne denke ich wie gesagt nicht komm her golem komm mit mir ins abenteuerland oh bin ich schlecht lebst du noch ja Ja, ja, aber es ist einfach dieses TNT. Es war so schlecht geworfen. Ich habe es mir so lange aufgehoben, weißt du, für diesen einen Moment, für diesen... Nein! Oh Gott, bin ich weh, Junge. Ich bin durch. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen dauernd. Rückzug, Rückzug, Rückzug! Oh mein Gott, Rückzug! Ach nee, ich habe ja eine Heiltrag. Nein, Rückzug! Vorzug! Vorzug, Vorzug! Die russische Taktik mal minus eins. Oh lol. Ach man, äh... Auch bekannt als Wladimirs Nightmare. Also, ich muss ganz sagen, auf alle Fälle ist es ein wahnsinniges Auf und Ab mit dem Würfeln, ey. Mh, glaube ich. Das stimmt, ja. Sind wir jetzt eigentlich alle durch? Ich bin durch. Ah, okay. Ach cool, dann können wir ja sogar weitergehen. Ah, Pütze! Überall! Ah, ah, ah! Ja, das ist halt wirklich ein einziges Auf und Ab, Kevin. Da hast du schon nicht ganz Unrecht, muss ich sagen. Ach, ich hasse es einfach nur, wirklich. Ach ja. Aber, Kellen, Mensch, vorletztes Stockwerk, gleich hast du es geschafft. Und, äh, ich kann dir auch schon mal gratulieren, denn mit deinen Bonus-Stockwerken hast du den Turm soeben für dich entschieden. Nice, danke. Also, nicht soeben, sondern schon vor... Wollte ich gerade sagen. Habe ich doch bestimmt schon eher, oder? 2, 3... Also, ich glaube, mit dem Abschluss von Stockwerk 26 hast du den Turm bereits für dich entschieden gehabt. Aber mir fällt es halt jetzt gerade erst wieder ein, deswegen... Alles gut. ...kommst du erst jetzt. Ich habe das auch nie auf dem Schirm. Ich auch nicht. Ein TNT verbammelt. Zwei TNTs verbammelt. Geil. Ist schon feier, oder, Matze? Ja, oder? Ah, TNTs sind sowieso was für Geringverdiener. Ist halt echt so. Nix für mich. Der Dungeon ist größers. Wow. Der Creeper hat mich ja noch erwischt. Was soll denn sowas? Wie sieht die für so ein Beschwerdefumulat aus? Der Einwand-Modus ist stronger heute. What the fuck, ey? Weil wir beide dieselbe Idee haben. Ist das, ne? Ist echt cringe. Okay, ich bin durch. Ach, Mann. Wo ist der innerausgang, Mann? Da drüben. Ich bin durch. Da noch zwei Bäm. So, dann haben wir ja alle nur noch einen Boss vor uns, ne? So ist es. So ist es. Und wir gucken bei Kevin zu. Zunächst. Ja, der muss noch mal würfeln. Genau. Vorher muss Kevin noch einmal würfeln. Oh mein Gott. Es ist ja mal lucky wie Sau. Ach, nee. Ach, ich... Komm, dann nehme ich halt das kaputte Sägeblatt. I am Minus. Es kann doch eh nicht mehr schlimmer werden. Ich hab eh keine Lust mehr auf mein Leben. Aber wie gesagt, am Ende schafft Kevin das trotzdem. Das war schon... Ich wollte gerade... Es ist schon witzig, was Kevin für einen Blödsinn kriegt und halt trotzdem durchmarschiert bis zum Letzten, ne? Also kann man nicht... Oh, war es für eine krasse Kompon. Meine Güte. Was ist es denn? Bitte kein Illusionist oder so ein Mist. Es sind zumindest keine zwei Illusionisten, Kevin. Ach, nee. Ich hasse allein einen Illusionisten. Same. Wieso hab ich denn eigentlich noch mein Liebes-Ambulett? Hab ich das nicht gerade ausgetauscht? Ach, nee. Nicht. Ey! Alter, ist das nicht normal? Uaaaaah! Uaaaaah! Ich brauche einen Heiltrank! Nau! Wow! Ja, ich bin auch grüß am Struggeln. Bin ehrlich. Oh, hier liegen ja Brote und Äpfel. Das ist ja quasi Heiltrank-Leid. Hä? Ah, das ist ja dumm. Die Illusionisten konnte ich halt nicht angreifen. Die Pfeile gehen durch die Illusionisten durch. Oh, oh. Ja, dann rib ich. Gut, ich leb noch, aber... Dann rib du. movement is key! Bienen! Brote! Bienen! Brote! Hol dich! Die zwei großen B! Aua! Aua! So. Ich hab's geschafft. Wo ist der Illusionist? Ach, da hinten! Der backt da fest! Ich bin für euch! Nice! Glückwunsch! 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 Ähm, ich, ich, ja, das ist halt, die Illusionisten sind insofern schwierig, als dass sie echt viel Schaden machen und ziemlich treffsicher sind. Und gerade wenn's, wenn du grad nicht weißt, auf wen du achten musst, kann's ganz schnell gefährlich werden mit den Dingern. Also, der Golem war Pibifax, da brauchen wir nicht drüber reden, den hab ich gewissermaßen gar nicht beachtet, aber die Illusionisten, die sind nicht ohne. Und ohne meine Brote, tatsächlich, also ohne meine Verzauberung, hätte ich's, glaube ich, Glückwunsch, Kevin, nicht geschafft. Also zumindest nicht ohne ein Leben zu verlieren. So. Mensch, unglaublich. Dann würde ich sagen, Kevin geht als erstes raus aus dem Turm. Okay. Und präsentiert mal die, äh, Sachen, die er bekommen hat. Weil Kevin ist ja mit, äh, 36 Stockwerken, wenn ich nicht falsch liege, der absolute Sieger. Oh, Kevin, das ist ja, der, der Wahrheitssucher ist ja quasi, der passt, der passt ja quasi als Geschenk für diesen Turm, oder? Also. Das ist schon eine große Axtschneide und ein Tänzerschwert. Schwierig. Ja. Alles Müll. Findest du? Ja, weiß ich nicht. Also, dieses Schwert, was aussieht wie ein Hammerhai, ist halt einfach hässlich. Ja, hast du recht. Das, äh, der Wahrheitssucher ist halt einfach sinnlos, weil Seelenbilds im Endgame nicht sehr sinnvoll sind. Das ist auch richtig. Und das Tänzerding ist halt einfach nicht gut, weil es nicht gut ist. Ja. Aber ich glaube, die Axtschneide hatte ich noch nicht. Wenn ich's richtig habe. Stimmt, das hast du, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt. Ja, ja, deswegen nehm ich die. Ich nehm die Axtschneide. Ja, dann go for it. Einfach für das Sammeln. Das ist okay. Das ist okay. Für deinen Waffendecks machst du das. So, Benni, dann zeig uns mal, was der Turm für dich bereithält, du Sperrflüsterer. Mal sehen. Lies am besten immer mal vor, dann weiß ich, wann ich weitergehen kann. Ja. Sieg. Eins. Okay. Verdorbene Armbrust. Ja. Ja, ist eigentlich basically keine Frage für mich. Das daneben ist auch wieder hier das Kevin-Gedächtnis-Zählen-Messer und das zweite, was ist das dritte? Ein gewöhnliches Vergoldete. Ja gut, no brainer, ne? Dann nimmt man natürlich das einzigartig Vergoldete. Also alles andere ist ja wirklich Blödsinn hochzählen, also weiß ich nicht. Na gut, okay. Also Benni ist mit einer verdorbenen Armbrust raus. Und damit bleibe tatsächlich nur noch ich als letzter übrig. Es ist echt lange her, dass wir mal zu dritt den Turm geschafft haben, glaube ich, ne? Ja, das ist ziemlich lange her. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal der Fall gewesen ist. So, ich habe eine, uuuh, einzigartig vergoldete Renegaten-Rüstung. Uh. Ein einzigartig vergoldenes mechanisches Sägeblatt. Das sieht cool aus, ist aber, glaube ich, es taugt einfach nichts. Und eine einzigartig vergoldete Troubadour. Ja, ich weiß nicht. Also für mich wäre es ganz klar die Renegaten-Rüstung. Es ist ganz klar die Renegaten-Rüstung. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es ist eine richtig, richtig geile Rüstung. Hatte ich ja auch lange im Spiel an. Cool, da habe ich sogar mal was sehr richtig Sinnvolles bekommen aus dem Turm. Das ist ja... Naja, klar, jetzt wo wir nicht mehr zocken, kannst du die guten Sachen kriegen. Das ist richtig, ne? Das ist richtig. Ah, richtig, richtig. Richtig schade eigentlich. Naja, wie dem auch sei, die werde ich auch gleich mal anziehen, die Renegaten-Rüstung, weil ich damit meine Kraftstufe mal steigern kann. Nicht, dass das was bringen würde, aber... Was hat denn die... Oh, die gut, die hat aber eine richtig schlechte Sekundärverzauberung. Erhöht Seelenschaden. Sehe ich leider gerade eben erst. Und die anderen sind gut gewesen, oder was? Was, die anderen? Verzauberung. Also die anderen Slots meine ich. Ne, das ist die Verzauberung, die durch die Vergoldung kommt. Ach so. Ja, it's whatever. Ne? Die anderen Verzauberungen sind jetzt auch nicht so gut. Wobei es ist... Ich glaube, ich baue die mir mal auf als... Ne, kann ich gar nicht. Ich habe keine Verzauberungspunkte. Hä? Ich könnte die aber tatsächlich mal, wenn wir eines Tages möglicherweise unter Umständen vielleicht wieder ein Level spielen, wo wir vierfach Seelen sammeln oder so. Könnte die Rüstung richtig gut sein. Weil die hat auch die Verzauberung Schattenschwall, wo ich bis zu 16 Seelen pro Kreatur bekomme. Ich hatte die Axt schon leider doch schon. Ich glaube, Kevin, du hast eigentlich alles schon. Ne, ne, noch nicht alles. Bestimmt. Dann musst du mal eine Aufschlüsselung machen. Und während Kevin das macht, liebe Freunde, würde ich sagen, ziehen wir das Ganze hier gar nicht unnötig in die Länge. Wir sind nämlich schon wieder über einer Stunde Aufnahmezeit. So wie das beim Tower halt ist. Aber immerhin kann man diesmal mit gesättigten und glücklichen Menschen hier rausgehen. Denn wir alle drei haben den Turm geschafft. Ich muss auch sagen, ich fand ihn diesmal nicht schwierig. Also nicht mega easy. Aber es war ein ausgewogener Turm, fand ich. Es war jetzt nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deutlich mehr als der letzte, den ich persönlich ein bisschen zu schwer fand. Den Kevin natürlich trotzdem gewonnen hat, aber egal. Aber Kevin und Gewinn ist ein gutes Stichwort. An dieser Stelle nochmal ganz offiziell. Die Glückwünsche gehen raus, lieber Kevin. Du hast erneut eine Tower Challenge für dich entschieden. Mehr als verdient, muss man sagen. Du hast den Turm durchgecarried und hast wirklich eine Achterbahn der Gefühle erlebt, was deine Auswürfelgeschichten angeht. Und hast teilweise auch richtig krassen Mist dabei gehabt. Und trotzdem hast du dich durchgeboxt und hast es geschafft. Also das verdient meiner Meinung nach immer wieder Anerkennung, was Kevin hier aufs Parkett legt. Deswegen absolut verdienter erster Platz an der Stelle. Danke. Und Benni und ich, wir teilen uns heute Platz Nummer 2. Wir haben ja beide den Turm geschafft. Das heißt, wir kriegen beide 31 Stockwerke auf unser Konto unterschrieben. Das heißt auch, dass sich in der Saison und in der ewigen Tabelle basically nichts großartig geändert hat. Außer, dass Kevin wieder 5 Stockwerke davon gezogen ist. Aber zwischen Benni und mir bleibt es nach wie vor äußerst spannend. Und gerade jetzt, wo ja über Twitter einige Andeutungen, sagen wir mal, kommen seitens Minecraft Dungeons, dass möglicherweise etwas Neues vor der Tür steht, könnte das natürlich bedeuten, dass diese Saison-Tabelle eine richtig, richtig knappe Entscheidung werden wird. Und da bin ich äußerst gespannt, wie es da weitergeht. Genau, aber ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Lasst uns gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Nächste Woche gibt es dann wieder mal Action mit dem neuen Charakter, beziehungsweise mit den neuen Charakteren auf etwas niedrigerer Kraftstufe und zwar auf dem Anfängerschwierigkeitsgrad. Wir spielen das Ganze ja nochmal von vorn mit neuem Charakter. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaltet gerne wieder ein. Sonntag 19 Uhr geht die Folge live. Wir würden uns freuen. Bis dahin, wir wünschen euch eine fantastische Zeit und hau da rein. Tschö.